Wir kommen zum nächsten Preisträger des heutigen Abends. Ausgezeichnet wird ein politischer Kabarettist, der selbst komplexe Zusammenhänge mit analytischer Schärfe analysieren kann. Er ist ein Meister des investigativen Kabaretts. Der Deutsche Gleichwurzpreis 2014 in der Sparte Kabarett geht an Hagi Butzko! Seit 1997 mache ich politisches Kabarett. Ich habe mich noch mit Helmut Kohl auseinandergesetzt. Dann kam Gerhard Schröder, dann Angela Merkel. Bis vor ein paar Jahren diese Finanzkrise losging. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, wenn du dich mit den Mächtigen beschäftigen willst, wieso hältst du dich da mit Politikern auf? Erst sagen sie, ich soll den Gürtel enger schnallen, dann soll ich den Ruck machen, dann soll ich flexibel sein, dann Einschnitte hinnehmen und dann Abstriche machen. Da frage mich doch, regieren in Berlin lauter Urologen? Wenn du dich mit den Mächtigen beschäftigen willst, dann musst du dich mit den Banken beschäftigen, mit der Wirtschaft, Finanzen, Bilanzen, Statistiken, da braucht es Vorstellungsvermögen. Dann dachte ich, na gut, Vorstellungsvermögen ist kein Problem, weil Vorstellungsvermögen kennt jeder, der mit Banken zu tun hat, aus eigener Erfahrung. Spätestens beim Blick auf den Kontoaussuch. Das Vermögen, das man sich stattdessen da vorstellt, das ist das Vorstellungsvermögen. Was soll ich machen? Ich habe von Wirtschaft keine Ahnung. Ich gehöre wie ihr zu den 99% aller Leute, die von Wirtschaft keine Ahnung haben. 99% aller Leute sind wirtschaftlich betrachtet Idioten. Nur 1% hat Ahnung. Das sind die Fachidioten. Das Problem ist nur, dass die in der Wirtschaft nichts zu sagen haben. Die Entscheidung in der Wirtschaft treffen welche von den 99%? Und das sind die Vollidioten. Beispiel. Liebe Kinder, es war einmal ein holder Knabe, der hieß Jörg Asmussen. Der war nicht nur jung und schön, sondern auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und als solch ein wandelndes Beispiel dafür, warum in Staatssekretär das Wort Sekret drinsteckt. Denn dieser Jörg Asmussen war nicht nur Staatssekretär zum Beispiel unter Per Steinbrück, sondern der Steinbrück hat den einfach übernommen von seinem Vorgänger Hans Eichel. Und auch der Eichel hat den da nicht eingestellt, sondern bereits vorgefunden bei seinem Vorgänger Theo Weigel. Das Bundesfinanzministerium ist das wichtigste Ministerium der Regierung. Wer die Finanzen regiert, regiert die Etats aller anderen Ministerien. Gut, außer das von Rainer Brüderle, der war regierungsresistent. Aber seit 1996 konnten wir wählen, wen wir wollen. Unsere Finanzen, die wurden regiert von Jörg Asmussen. Und dieser Jörg Asmussen war während dieser ganzen Zeit im Bundesfinanzministerium wohl die treibende Kraft, der Vorkämpfer dafür zu sorgen, dass Banken möglichst nicht reguliert werden sollen. Warum nicht? Damit wir wohlhabend und reich werden. Das war das Argument. Man soll Banken nicht regulieren, damit wir wohlhabend und reich werden. Die entscheidende Frage lautet, wer dabei mit wir gemeint ist. Wenn man nämlich erfährt, dass die Frau von Jörg Asmussen eine ziemlich lange Zeit einen ziemlich hohen Posten bei der deutschen Börse hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest die beiden mit laschen Bankenregeln ziemlich wohlhabend und reich geworden sind. Was man jetzt aber noch wissen muss, ist Folgendes. Dieser Jörg Asmussen saß nicht nur im Bundesfinanzministerium drin, der hatte noch mehr zu tun. Er saß außerdem noch im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung auf sich drin, kurz Bafin genannt. Was ist die Aufgabe der Bafin, Banken zu kontrollieren? Was hält Jörg Asmussen nochmal davon, Banken zu kontrollieren? Richtig, nix. Und deswegen hat er sich gesagt, mach ich das am besten selber. Logisch, so als würde der einzige Vegetarier beim großen Abendessen sagen, er möchte alles Fleisch alleine essen, damit die anderen Vegetarier sein könnten. Die Aufgabe der Bafin ist, Banken zu kontrollieren. Wie zum Beispiel die Düsseldorfer IKB-Bank. Das war die allererste Bank, die schon 2007, ein Jahr vor Lehman Brothers, pleite ging, weil sie diese amerikanischen Schrottkredite gekauft hatte. Und jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, ja, Moment mal, wenn der Asmussen noch in der Bafin drin saß, hätte er eigentlich sehen müssen, dass die IKB-Bank dabei ist, Geschäfte zu machen, die auch Franjo Pote organisieren könnte. Konnte der Asmussen aber nicht sehen. Warum nicht? Der hatte noch mehr zu tun. Der saß nicht nur im Bundesfinanzministerium unter der Bafin drin, er saß außerdem noch in diversen Aufsichtsräten drin, zum Beispiel Postbank, Telekom, Deutsche Bahn und, ach ja, IKB-Bank. Da saß er auch im Aufsichtsrat drin. Und da muss man jetzt aber bitte mal Verständnis für haben, dass deiner sich nicht selber kontrollieren kann, wenn er sowieso schon in der zu kontrollierenden Bank in einem Kontrollgremium drin sitzt. Wie soll das gehen? Schon Lenin sagte, Kontrolle ist gut, wegschauen ist besser. Nur gibt es jetzt noch bösere Zungen, die sagen, ja, Moment mal, wenn der Asmussen sogar in der IKB-Bank selber auch drin saß, hätte er es recht sehen müssen, dass sie dabei ist, pleite zu gehen. Konnte der Asmussen aber nicht sehen. Warum nicht? Der hatte noch mehr zu tun. Der ist nämlich zuvor noch in diversen Käufer-, Lobbyisten-, Anleger- und Interessentenkreisen rumgerannt und hat Werbung dafür gemacht, genau diese Kredite zu kaufen. Und nicht nur das, er hatte noch mehr zu tun. Er musste sich zuvor nämlich erst noch im Bundesfinanzministerium erstmal die Genehmigung für den Handel mit diesen Krediten einholen. Und wer im Bundesfinanzministerium hat wohl diese Genehmigung erteilt? Kleiner Tipp, fängt mit Jörg an, hört mit Smussen auf. Und jetzt fassen wir zusammen. Jörg Asmussen musste beaufsichtigen, dass er beaufsichtigt, dass die Papiere, die er kaufen will, nicht ohne seine Genehmigung von ihm selber verkauft werden. Und weil dieser Jörg Asmussen, wie wir also jetzt gesehen haben, fernab von jeder Bankenlobby immer nur die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes im Blick hatte, berief jetzt Andrea Nahles diesen Jörg Asmussen als Staatssekretär in ihrem Ministerium für Arbeit und Soziales. Ein Begriff, den man ja immer wieder hört, ist der Begriff Bankenlobby. Was aber ist das eigentlich, die Bankenlobby? Nun dazu drei Untersuchungen. Erstens, die New York Times hat vor ein paar Jahren mal Anfang Januar mehrere Dutzend Börsenmakler gebeten, sie sollen mal tippen, welche Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten die meisten Gewinne machen. Wisst ihr, wer die größte Trefferquote hatte? Der eine Schimpanse, der mittippen durfte. Ist kein Witz. Die haben dem einen Pinsel in die Hand gedrückten Farbeimer vor ihm aufgestellt. Dann hat er da rein rumgepanscht, das Ding durch die Gegend geschleudert. Dann sind einzelne Tropfen auf einer Liste mit Börsenunternehmen gelandet. Die Aktien haben sie gekauft. Am Ende des Jahres war der Schimpanse Millionär. Und zwar ohne dafür zuvor Günther Jauch kennengelernt haben zu müssen. Zweite Untersuchung. Die Universität St. Gallen hat mal einen Psychotest durchgeführt. Da ging es in einer Computersimulation um Wasserknappheit. Und die Testperson bekam die Aufgabe, zu den Behörden zu gehen und sich eine Ration Wasser abzuholen. Und dann stand auch ganz klein auf dem Monitor. Wenn du willst, kannst du auch sagen, dass du die Ration für deinen Nachbarn mitnimmst und die aber heimlich für dich selber behalten. Wenn du das gemacht hast, weil der Test so programmiert, dass dein Nachbar das mitbekommt und auch damit anfängt. Das heißt, ihr beide seid ab sofort nur noch damit beschäftigt, euch gegenseitig zu hintergehen und über den Tisch zu ziehen. Wenn du das jetzt weiter ein paar Mal gemacht hast, war der Test so programmiert, dass die Behörden das mitbekommen und euch zur Strafe die Ration kürzen. Und zwar so sehr, dass selbst die geklaute doppelte Menge weniger wäre als die ursprüngliche Einzelmenge. Das heißt, jetzt hattest du die Wahl. Machst du weiter mit dem Bescheißen oder fängst du an, dich ehrlich zu verhalten? Wenn du Letzteres gemacht hast, war der Test so programmiert, dass die Behörden ja kurz darauf deine ursprüngliche Einzelmenge wieder auszinnigen. Es ging in dem Test dabei um folgende Frage. Wann bemerkt der Proband, dass er mehr Gewinn macht, wenn er ehrlich ist und mit anderen teilt? Und getestet wurden zwei Bevölkerungsgruppen. Auf der einen Seite Investmentbanker und auf der anderen Seite richtige Psychopathen. Ist nicht von mir erfunden. Auf der einen Seite Leute, denen wir unsere Ersparnisse anvertrauen und auf der anderen Seite wirklich weggesperrte, gemeingefährliche Irre, geisteskranke, Gehirnamputierte, komplett Bekloppte. Und jetzt ratet mal, welche von beiden Gruppen am Ende mehr Wasser hatte. Klartipp, wenn du bald mal Geld übrig hast und weißt nicht wohin damit, geh ruhig zu deinem Bankberater. Aber nur, um ihn nach dem Weg zur nächsten Irrenanstalt zu fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht. Aber mich beschleicht da so langsam doch der Verdacht, dass sich da zwischen uns, unserer Arbeit und unserem Geld Leute rumtreiben, auf die wir im Grunde wahrscheinlich gern verzichten könnten. Applaus